hallo und seid herzlich willkommen zurück zu taggit skyblock und ja das wird jetzt in die letzte folge sein von taggit und das hat ein besonderer grund denn ja ich habe jetzt einen eigenen nitrado server und daran bauch jetzt weiter und dann auch hat auch nicht mehr so viel zeit weil ich jetzt den server einrichten muss und ja aber ja 70 folgen fast 70 folgen ist einfach recht genug und wir haben ja jetzt in der folge hier genug zeit zum bauen und so und wir bereiten uns vor auf den ender ja genau in dieser folge machen wir fertig und zwar machen wir jetzt uns einen guten bogen dazu bräuchten wir level aktivieren auch kurz den dach und dann können wir die hier mein baum einschlag tut wenn es beim ender dragon auszuwischen dann haben wir richtig gute chancen kommen okay die lassen wir hier erstmal spawnen und ja wir holen jetzt erstmal unseren bogen heraus wie gesagt das ist jetzt der kleine special hier so aber glaubt er wird mindestens eine halbe stunde lang länger wird da nicht feile auch noch weil der feile 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 wir brauchen feile wollen wir dann pfeile reingepackt ich glaube da oben oder ja sieben pfeile es reicht auf keinen fall mit dem hammer kann er eigentlich hat das bringt mich gerade wieder auf eine scheiß gute idee so hier nehmen wir auch schon mal hier ein paar pfeile mit und bahn ja funktioniert so und dann fliegen wir hoch ja und bams junge so und für den server wo ich gerade baue das für den survival games spleef super spleef haben wir gerade eingerichtet und jetzt will ich heute mache ich jetzt noch so weil wir geben seine arena und ja da muss ich noch ernst woher in den info video für euch machen dass ihr dann dieser ip habt aber jetzt gerade noch total unsicher könnt ihr kommen und den ganzen spawn auseinander rupfen auf jeden fall das wird auf jeden fall bald sein alter wie schnell da wäre sind da geht man so schnell level zusammen ich meine wir sind gleich level 27 wa ja und und mit der richtung wir haben volle red matter richtung aber volle pfeile was braucht man eigentlich noch mehr nix mehr also machen wir einen ender dragon in dieser frage fertig fliegt hier nur noch ein bisschen hin und her dass die mobster oben spawnen dass wir einen guten bogen bekommen so ok kommen wir euch auch noch so da weg mit dir das ist das ist was auch gut ist man kriegt keinen fall schaden mit der richtung das ist sehr sehr gut und ja auf jeden fall der server wird schon recht groß alter herrschlern pack fehl hier ich meinst so kann es hier ja noch nicht quillen aber bam sind alle weg so und gleich haben wir level genug dann werde ich erstmal kein großes projekt mehr starten also survival oder sowas sondern erstmal nur pvp machen weil weil keine ahnung so sollten wir gleich 30 level zusammen haben so das machen wir ja noch schnell beim level kommt zu mir komm ahja was macht das eigentlich das nether aber da waren wir auch schon lange nicht mehr drin aber im nether kann man auch gar nicht viel machen komm hahaha so jetzt gleich haben wir ähm 30 level versorben wir unseren bogen und ich hoffe wir bekommen was gutes denn bogen werden wir brauchen so hey nachher hat enderdream einen schlagtot ey das wär so episch so und jetzt falls wir noch level brauchen lasse ich das mal so laufen aber wir verzauern jetzt erst unseren bogen so bogen rein wenn wir 30 level verzaubern ähm dann hole ich hier nochmal gleich ein paar bücherregale so bücherregale sind glaub hier drin komm schon hä fail wo sind die bücherregale hä wir brauchen einen galt ganz viel bücherregale mal schauen bücherregale hier hat 336 ähm ich weiß gar nicht was er dahin so machen soll 336 paar pfeile uh ja das war zu viel so wir hatten hier ein bücherregal das kommt wieder alles rein bam zwei bücherregale nur dann benutzen wir unseren stone bam ein stack weg und das sollte dann reichen na hei alter ich hab schon gedacht wir werden zombie so und dann gehen wir schlafen und gleich machen wir den ender ein kaput hier aber so richtig eiskalt weg so bogen rein 25 ähm spitzhacke das der reise hier schnell ab das ist jetzt grad scheißegal weil das eh die letzte folge ist das machen wir mal hier weg das können wir ja und ihr müsst mir auch in die kommentare schreiben wollt ihr diese welt als download link haben wenn ja dann schreibt mir das auf jeden fall in die kommentare denn ich kann es gerne zum download zur verfügung stellen alter komm schon will ich mich jetzt eigentlich verarschen ja noch mit 30 level so ok dann hol ich mich halt noch kurz level wie du willst ich glaub da oben sind eh genug jetzt ah ja hier direkt schon richtig bams so mindestens 31 oder 32 bräuchten wir glaube ich ja und ich weiß noch nicht ob ihr meinen neuen skin kennt ich weiß es noch nicht der ist ja jetzt so warte mal hier rüstung ausziehen die kann man nicht so anziehen das ist bei der version echt noch ein bisschen kacke aber keine ahnung so ich habe eine idee können wir mit dem ring den entertain vielleicht von der map werfen so hier 30 level stärke 3 flamme 1 das ist gut ja das können wir lassen und dann würde ich sagen gehen wir ins end machen den entertain fertig ja wir werden jetzt den ender drink fertig machen koste was es wolle ich bin kurz davor ins end zu gehen haben wir alles dabei jetzt natürlich noch alles aus wünschen was wir brauchen und ich glaub wir haben alles dabei und wir sind drin im end wo wir schon einmal gestorben sind wegen so einer explosion das war es war ähm nicht besonders gut von uns dass wir das gemacht haben aber jetzt machen wir ihn kaboom bam kehr um und lass uns in ruhe bam schritt für schritt und wir müssen natürlich aufpassen dass er uns nicht erwischt da hinten ist er ich glaub der kommt jetzt zu uns ja da kommt er schon und bum ba da bum kehr um lass mich in ruhe natürlich machen wir es nach dem alten Prinzip alle teile zu zerstören erwischt da tut er sich heilen niemals nicht mit mir wir werden ihn fertig machen das steht fest bam und glaub das letzte teil und will er zu uns kommen? nein doch bam er wollte zu uns kommen so und jetzt kann er sich nicht mehr heilen jetzt können wir Tacke machen komm her ja das war richtig knapp das zockt ihm richtig viel richtig viel zockt es ihm und jetzt gleich ist er da und 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 aufs Maul und 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 nochmal drauf 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 wo sind wir? komm her ja erwischt komm zu uns und erwischt und erwischt und erwischt und erwischt nein ja jetzt wird's eng es wird richtig eng für den kleinen Mann hier bam 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 und gleich ist er down ein Schlag und er ist weg bam und wir haben's geschafft es regnet xp what the so und jetzt hätten wir es geschafft was will der Enderman von uns ich weiß es nicht wir sammeln jetzt natürlich die ganzen Level hier ein ja wir haben ihn besiegt und mit 85 Level und noch ein paar das all will ich ja abbauen können wir das abbauen ne ne was passiert jetzt eigentlich bam und jetzt haben wir hier noch unseren richtigen Spaß bam mit den mit den Teilen die haben wir uns jetzt nicht umsonst gemacht wir sind Maulwürfel wir machen alle fertig wir machen alle fertig bam äh hiermit können wir alles zerstören hier sind jetzt noch ein paar Level die sammeln wir uns gerne ein 102 Level und hiermit ist es zu Ende ja das war Minecraft Tech Kids Sky Blog ich hoffe es hat euch gefallen und jetzt kommt ja hier nur noch das Ende von Minecraft und ja wie gesagt wenn ihr wollt dass ich den Donut Link für diese Welt in die Beschreibung packen soll dann mach ich das und ja äh soll ich weiterspielen oder nicht der Ender Dragon wär jetzt kap oh also der macht uns keine Angst mehr wir können jetzt doch hier hin und zurück laufen wie wir wollen wenn ihr wollt dass ich weiterspielen dann mach ich jetzt ne kurze Pause nach dem Video weil ich nicht mehr allzu viel Zeit hab und ja ähm irgendwann wird dann auch die Top Erlebnisse von Tech Kids Sky Blog kommen wo dann alles Mögliche kommt ja aber ja sonst eigentlich auch nichts mehr hier wärs viel durchlesen hier bringt eigentlich auch nichts das ist keine Ahnung das lest eigentlich fast keiner durch ich hab's bis jetzt noch nie durchgelesen ich kann jetzt auch noch nicht so gut Englisch aber naja ich würd sagen aber das Video hat gar nicht so lange gedauert ich hätte jetzt gedacht das dauert länger aber ihr seht ihr seht ihr seht jetzt auch wieder diese Red Matter Sachen wie die reinziehen ich mein wir haben kaum Schaden gegeben wenn man kommt null Schaden abgezockt aber ja kann man hier zufälligerweise ja mit Escape kann man beenden und wir sind jetzt wieder in der normalen Welt und ja was wir jetzt auf jeden Fall machen kann man die Teile hier verzaubern ne kann man nicht aber auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge oder ja in der nächsten Folge wenn ihr wollt dass ich weitermache oder ähm bei PvP das werde ich jetzt auf jeden Fall machen aber jetzt werde ich erstmal eine Pause mit Tagit machen und vielleicht geht's dann irgendein zweimal wieder weiter und hier sind dann wieder schöne Grafikpacks hier ich weiß nicht was mit der Welt los ist Alter wieviel Mops what the und jetzt sterbe 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 niemand macht hier soweit was so und hier legt es jetzt auch wieder machen wir das einfach obwohl es nichts bringt wir haben genug Level aber wenn ihr wollt dass ich weitermachen sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder nach einer kleinen Pause und ihr unterstützt mich so in den Kommentaren stand auch viel ähm dass ich eine Red Matter Farm bauen soll also eher fiese das kann ich dann alles nachher bauen wenn ich wieder Bock auf Tagit hab aber jetzt haben wir schon mal richtig viel gespielt und das reicht dann auch mal also sehen wir uns in der nächsten Folge oder bei PvP also macht's gut bis zum nächsten Mal Ciao Ciao